Hallo ihr Lieben, der Robin hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich etwas, wie soll ich sagen, akustisches für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, wird es dann mal Zeit für die hier, meine neuen Lautsprecherboxen, die ich mir jetzt gekauft habe von Bose, die sogenannten Bose Companion 50. Wie man sieht, ist es ein großer Bass-Subwoofer und zwei etwas zylinderförmige Boxen auf kleinen Stativen, die man rechts und links neben dem Mac aufstellt. Ja, dann denke ich mal, packen wir die doch mal zusammen aus. Irgendwo habe ich hier noch ein Messer. Tada! Da haben wir es. Und dann sehen wir. Hier, dass es sehr gut festgemacht ist, die brauchen wir jetzt noch mal aufschneiden. So, ok. Das machen wir auf. Und dann machen wir hier nochmal auf. So, dann haben wir hier erstmal ein bisschen Papierkram. Bose. Da kann man das Produkt registrieren, wenn man will. Das will ich aber aktuell gerade nicht. Ich bin mir eben gespannt, was wir hier haben. Erstmal Kabel. Zwei Stück. Das Stromkabel und dann nochmal ein zweimal Klinke für den Subwoofer, nehme ich mal an. Und die andere Seite natürlich für den Mac. Dann nehmen wir mal diese Pappdinger mal raus. Boah, ein bisschen über das Styropor. Weg damit. Boah. Junge, Junge, da haben wir hier den Subwoofer. Diesen riesigen Subwoofer. Den holen wir mal aus. Boah. Junge, Junge, der ist ganz schön schwer. Ich stelle ihn jetzt mal kurz zur Seite. Und schauen, was da noch so alles drin ist. Hier nur Styropor. Diesen haben wir hier, ich vermute mal, die anderen Boxen drin. Wenn wir hier so hinlegen, dann machen wir die doch mal auf. Und zack. Was haben wir denn hier? Boah. Einiges an Kabeln. Und die Boxen. Selber. Wow. Die sind auf jeden Fall relativ leicht. Das ist schon mal die erste Außenbox. Da könnt ihr sie sehen. Wow. Die sieht ja echt super aus. Und die erste Box, die können wir erstmal so. hier hinstellen. Da steht er hier an der Seite. Die eine Box. Und das Kabel führen nochmal hinterm Schreibtisch nach unten. Und jetzt erstmal die andere Box dazu. Jetzt halse ich hier hier raus. da kommt jetzt das selbe Spiel. Und auch wieder diese ganzen Kabelbinder. Weg. Fliegendes Kabel geht wieder. Und da haben wir die andere Box. Und die stellen wir doch auch mal leicht hinter den Mac. So Freunde, jetzt habe ich einigermaßen zumindest die Hochtöner habe ich jetzt mal ein bisschen das heißt verkabelt, aber zumindest erstmal positioniert. Das war ja noch nicht alles. Wir können jetzt erstmal den Steuerport hier befreien. Das ist der hier. So, jetzt haben wir das Port hier befreit. Das ist ja klein, so niedlich. Dann befreie ich auch dieses Kabel von einem Kabelbinder. Also Wahnsinn. Wie viele Kabelbinder dafür benötigt werden. Jetzt können wir das Kabel schön lang machen. Das ist aber richtig lang. Wow. Das ist sehr gut. Dann wird der hier nämlich hier stehen, dass man ihn gut steuern kann und das Kabel verschwindet jetzt auch unter dem Tisch. dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das wichtigste jetzt nicht das wichtigste kommt kommt jetzt noch und zwar der Subwoofer den wollen wir jetzt mal auspacken der ist nämlich dann für den Klass verantwortlich der soll ja würde ich mal sagen gar nicht mal so schlecht sein ein großer Subwoofer von vorne und von hinten und da werden jetzt mal die ganzen Kabel angeschlossen und das ist ein Klinkenkabel zweimal 3.5 mm Klinke und das denke ich mal wird hinten an diesen Port angeschlossen an diese Steuereinheit und hier nochmal dran das wollen wir mal sehen wo der denn hier ist hier das andere dann an den Port allerdings führe ich das gleich hinter den Tisch dann durch kommt die Bassbox erstmal auf den Boden und jetzt führe man das Kabel unter dem Tisch durch habe ich habe ich habe ich jawoll dann wird der per Klinke vermutlich an den Mac dann angeschlossen am Kopfhörerausgang dann machen wir das nochmal so der ist angeschlossen dann kommt jetzt noch das Stromkabel an den Subwoofer dran dann haben wir hier jetzt ein Stromkabel das schließen wir hier an dem Subwoofer mal an so das ist jetzt angeschlossen den stellen wir jetzt mal hier auf schließen wir jetzt mal das Kabel hier an da wählen den Controller und dann hier jetzt links und rechts die beiden Hochtöner unten den Subwoofer und dann schauen wir doch mal wie diese Boxen so klingen und dann dann Untertitelung. BR 2018 Ohne Boxen. Ohne Boxen. Ohne Boxen. Ohne Boxen. Ohne Boxen. Ohne Boxen. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Ein herzlicher Dank geht auch raus an den Ronny, der mir die Musik zur Verfügung gestellt hat. Diese hat er selber komponiert, macht öfter solche Dance Tracks und ich finde es einfach richtig super. Also ganz ganz herzlichen Dank an dich Ronny.